Selbstbewusst leben Behandeln wir heute das Thema Unvollkommenheit und Leben Ja, Unvollkommenheit und Vollkommenheit sind ja die zwei Extreme Was heißt Vollkommenheit? Ich habe da mal die Definitionen rausgesucht und möchte Ihnen die einfach mal vortragen Vollkommenheit bezeichnet einen Zustand, der sich nicht weiter verbessern lässt Vollkommenheit nimmt dabei eine Mehrfachbedeutung an Einerseits im Sinne von Makellosigkeit, also wenn etwas vollkommen makellos ist Frei von Beschädigungen und so weiter in einem einwandfreien Bestzustand, der nicht mehr zu steigern ist Andererseits aber auch im Sinne von zum vollen Kommen, zur Vollendung Der makellose Zustand ist jeweils ein Maximum des jeweils Erreichbaren Mehr geht nicht Wir sprechen dann vom Ideal So, Menschen sind nicht vollkommen, das wissen wir Die Diagnose der Menschen, die könnte also auch lauten Der Mensch ist chronisch, menschlich unvollkommen Das ist Menschlichkeit Vollkommenheit ist immer ein Ziel Und das Ziel werden wir in der Regel nicht so erreichen Nämlich es gibt dann immer noch die Energie, die wir aufwenden müssen Die wird wahnsinnig groß, um das letzte Prozentchen zu kriegen Das wissen wir deshalb Vollkommenheit ist ein Ziel, können wir prima anstreben Aber wir sollten auch im Klaren sein Es ist unmöglich, das zu erreichen Sie tun ja eigentlich Ihr Bestes Und wenn Sie Ihr Bestes immer tun, geht mehr nicht Und dann sind Sie eigentlich schon da Sie entwickeln die Richtung, wo Sie hingehen Und da tun Sie Ihr Bestes Und dann wird das auch gut Und mehr können Sie nicht machen So, die lieben Mitmenschen, die haben die fatale Eigenschaft Die weisen sich schon genügend auf das hin Was Sie noch nicht perfekt können Oder was nicht perfekt an Ihnen ist Und so weiter und so weiter Das tun die, da brauchen Sie sich nicht drum zu kümmern Die Frage ist nur, wie gehen Sie damit um Das haben wir schon mal ein bisschen behandelt Und wenn Sie jetzt hingehen und sagen Okay, ich bin halt eben auch unvollkommen Dann akzeptieren Sie diesen Zustand Was passiert dann? Wenn wir jetzt mal betrachten Wenn Sie den Zustand akzeptieren Dann heißt das, Sie nehmen sich an, wie Sie sind Und wenn Sie sich annehmen, wie Sie sind Da werden Sie in gewisser Weise auch unangreifbar Dann können andere, ja, reden, wie sie wollen Sie wissen ja dann, was gut an Ihnen ist Das haben wir ja ganz zu Anfang gehabt Bin ich gut? Ja, Sie wissen dann, was gut ist Und dann können die anderen sagen, was sie wollen Sie werden nicht mehr angreifbar Und das ist doch eigentlich ein schöner Zustand Nämlich damit steigt auch Ihr Selbstwertgefühl Und das Selbstwertgefühl wollen wir ja haben Dass wir uns da mit identifizieren und sagen So ist es Und dann wird das Leben viel leichter Und wir erreichen auch viel mehr Das werden Sie auch feststellen Sie können auch zum Wohl anderer damit beitragen Nämlich wenn Sie in sich ruhen, das strahlen Sie aus Dann brauchen Sie gar nichts Besonderes zu tun Die anderen orientieren sich dabei an Ihnen Und ja, das ist doch eigentlich eine gute Sache Und ich möchte Ihnen noch was sagen Unvollkommenheit, die befreit von innerem Druck Wenn Sie sagen, ich bin nicht vollkommen Dann ist der Druck doch vollkommen sein zu müssen Der ist doch weg, da brauchen Sie sich nicht mehr groß aufzuregen Dann akzeptieren Sie das Sie wachsen, Sie werden größer Sie stehen in sich selbst Wiederum steigt Ihr Selbstwertgefühl Und Sie ermutigen sich Und andere auch zur Weiterentwicklung Und das heißt, Ihr Potenzial entfaltet sich mehr und mehr Und Sie werden feststellen, dass es Ihnen noch besser geht Und das ist das Ziel, was wir eigentlich auch wollen Ja Fatal wird jetzt Wenn Sie denken Ich bin zwar nicht vollkommen Aber ich bin auch ein schlechter Mensch Dann haben Sie also wirklich die letzte Karte Die man da haben kann Wenn Sie sich als schlechter Mensch fühlen Geht es Ihnen auch schlecht Deshalb streichen Sie den Gedanken aus Ihrem Gehirn Sie wissen ja, Sie bestimmen hier oben Ihre Gedanken Und Sie sind kein schlechter Mensch Absolut nicht Sie sind nicht vollkommen Das akzeptieren Sie Aber Sie sind kein schlechter Mensch Nämlich, wenn Sie jetzt noch sagen Ich bin ein schlechter Mensch Und Sie gehen gegen den schlechten Menschen Und gegen Ihre Unvollkommenheit an Dann sind Sie immer am Kampf Ja, und was passiert dann? Kämpfe verlieren Sie immer Und dann noch etwas Ein Kampf kostet Energie Das ist Energie Die Sie also für Ihr Leben brauchen Die geht verloren Die haben Sie nicht mehr Sie sind ausgepowert Weil Sie immer gegen den Zustand ankämpfen Das bringt Ihnen nichts Und das tut Ihnen letztendlich auch nicht gut Und es entstehen dann auch Ängste Die Sie also auch nicht brauchen können Und ja Die verlorene Energie Der trauern Sie dann letztendlich dann auch nach Und das tut Ihnen auch nicht gut Ich möchte mal noch zu dem Punkt Fehler kommen Ja, Fehler machen wir alle Also ein Mensch, der keine Fehler macht Den gibt es nicht Ich auch nicht Ich mache auch Fehler Die Fehler sind unterschiedlich Nur über eines sollten wir im Klaren sein Unsere Fehler gehören zum Leben mit dazu Das wird leider nicht von allen Menschen akzeptiert Nämlich die hacken auf ihren Fehlern rum Um Sie klein zu machen Damit Sie ein bisschen besser Damit die anderen dann ein bisschen besser da stehen Jetzt stelle ich mal die Frage Glauben Sie wirklich Dass ein Kind zur Schule geht Und sagt Ich schreibe heute im Diktat mal ganz sicher 15 Fehler Glauben Sie das? Glauben Sie, dass ein Mensch zur Arbeit geht Und sagt Heute mache ich mal alles falsch Glauben Sie, dass ein Mensch Ich sage mal, wenn er in einer Autowerkstatt arbeitet Und sagt, ja, heute gehe ich mal in die Firma Und dann werde ich mal sehen Dass ich hier das Auto auch wirklich hier Falsch zusammenbaue Damit die richtig Ärger haben Das tut kein Mensch Solche Menschen gibt es nicht Und Sie sind sich sicher Das tut niemand Die Fehler passieren ungewollt Sie sind nicht gewollt eingebaut Wenn jemand einen Fehler wissentlich einbauen will Der will ja ihren Schaden Also mit solchen Menschen sollten sie sich nicht abgeben Aber das brauchen wir hier nicht zu behandeln Fehler passieren Akzeptieren Sie das einfach Ja Jetzt haben wir also den Punkt Dass wir Fehler machen Aber akzeptieren Sie den Ich habe einen Fehler gemacht Jawohl Geben Sie es einfach zu Was kann ich tun, um das zu ändern Und dann beheben Sie das Ganze Und dann ist die Geschichte besser Und wenn Sie sich akzeptieren Und Ihre Fehlerfähigkeit, sage ich mal Dann geht es Ihnen ja auch gut Und Sie lernen ja auch daraus Man sagt nicht umsonst Aus Fehlern lernt man Und da gibt es ja auch viele Geschichten Wenn Sie wollen, dass ein Mensch sich weiterentwickelt Müssen Sie ihm die Chance geben, Fehler zu machen Ein guter Chef, der macht nicht alle Fehler selbst Der lässt seinen Mitarbeitern auch die Möglichkeit, Fehler zu machen Und damit lernen die und wachsen Es gibt ja die schöne Geschichte Wo also ein Chef zu Zu seinem Personalchef geht Und sagt, also jetzt suchen Sie mal bitte den Mann In der Firma, der in der Lage ist Mich, wenn ich mal krank bin Oder längere Zeit weg bin Zu vertreten Und das genauso weiterzuführen Wie ich das bisher gemacht habe Und wenn Sie den Menschen gefunden haben Dann schmeißen Sie ihn bitte raus Das heißt, das ist so ein Paradoxum Der hat nichts gelernt Wir lernen aus den Fehlern Und wir müssen anderen auch die Chance geben Gerade wenn wir Führungspositionen haben Dass sie die Fehler machen Damit sie daraus lernen können Nämlich nur aus dem Lernen Der Fehler werden wir besser werden Ein Fehler, den Sie einmal gemacht haben Machen Sie nicht mehr wieder in der Regel Ja, wenn Sie das alles akzeptieren Das tut Ihnen gut Und es geht Ihnen dann letztendlich besser Wenn andere Sie wegen Fehler klein machen Nehmen Sie es nicht so an Die wissen es nicht besser Jetzt komme ich mal zur Praxis Was können Sie tun, um da also Die Unvollkommenheit da Der etwas zu begegnen Das ist relativ einfach Sie nehmen sich mal wieder den Zettel Was ich Ihnen ja schon einige Male gesagt habe Und da schreiben Sie sich zum Beispiel auf Was Sie können Ja, dass Sie also sagen Ich bin zuverlässig Weil ich stets halte, was ich verspreche Das heißt, Sie gehen hier wieder Auf Ihre Möglichkeiten hin Auf Ihre positiven Dinge Auf Ihre positiven Ziele Mit dem Ziel zur Vollkommenheit Sie sind es noch nicht Aber Sie sind zuverlässig Weil Sie stets halten, was Sie versprechen Ich habe mir noch so ein paar Dinge aufgeschrieben Und werden Sie authentisch und werden geschätzt Ich bin ein guter Vater oder eine gute Mutter Weil ich meine Kinder ernst nehme Und das kann ich Ihnen nur sagen Schreiben Sie sich das hinter die Ohren Nehmen Sie Ihre Kinder ernst Nämlich auch Ihre Kinder Machen Fehler Und sollen daraus lernen Und sollen nicht klein gemacht werden Aus den Fehlern Und vielleicht noch zum Schluss So ein Ding Dass Sie also sagen Ich bin vertrauenswürdig Weil ich loyal zu meinem Unternehmen stehe Und so weiter Ich bin sorgfältig Weil ich meine Aufgaben wichtig nehme Und wenn Sie diese Dinge Dann Es gibt sicherlich noch viel mehr Die Sie für sich feststellen können Von sich wissen Dann kennen Sie Ihren Wert Und wenn Sie Ihren Wert kennen Und dann brauchen Sie sich Um Ihre Unvollkommenheit Keine Gedanken zu machen Und wenn es mal schief geht Verlieren Sie nichts an Wert Das klappt dann einfach auch so Und auch da stellen Sie fest Die Welt geht weiter Mir geht es gut Und wenn es mir gut geht Geht es in der Regel auch den anderen gut Wissen Sie ja Wenn es den Eltern in der Familie gut geht Geht es den Kindern gut Wenn es dem Mann gut geht Geht es der Frau gut Und wenn es der Frau gut geht Geht es dem Mann auch gut Ja Für die Praxis Da kann ich Ihnen Folgendes mal wieder sagen Nehmen Sie sich einfach diesen Zettel Und dann schreiben Sie Einfach täglich auf Zwei, drei Dinge Was Sie bei sich entdecken Und Schreiben Sie alles auf separate Zettel Damit Sie nicht sehen Was Sie am Vortag geschrieben haben Wenn Sie das eine Woche gemacht haben Dann haben Sie eine ganze Menge Zettelchen Wo was draufsteht Und ich habe das mal so gemacht Dass ich so kleine Zettelchen genommen habe Und dann nur einen Satz da drauf Und den dann weggelegt Und Sie kriegen Sie dann Ich habe sie in eine Kiste gelegt Ich kriege dann meine Schatzkiste Und diese Schatzkiste Zeigt mir eigentlich Was ich alles kann Obwohl ich weiß Dass ich nicht vollkommen bin Obwohl ich weiß Dass ich Fehler mache Sagt mir die Schatzkiste Ah, das bin ich Das ist mein Wert So Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch sagen Wenn Sie jetzt auch noch Die Fähigkeit haben Auf Ihre Mitmenschen zu schauen Und von denen wissen Dass die genauso sind Und dann erkennen Sie auch deren Wert Und dann können Sie ganz anders Mit denen umgehen Und das erleichtert Ihnen Ihr Leben Und den anderen auch Ihr Selbstwertgefühl steigt Sie fühlen sich wohl Und ich wünsche Ihnen damit Viel Erfolg beim Üben Herzlich Willkommen Beim Psychologischen Quartett Von Sinova Psychologie Heute mit dem Thema Unvollkommenheit und Leben Und ich freue mich Hier besondere Gäste begrüßen zu dürfen Mir gegenüber Sitzt Frau Reinhild Burgdörfer Sie ist in Ludwigshafen Gartenstadt Mit drei Brüdern aufgewachsen Sie hat nach dem Abitur Ein Theologiestudium absolviert War während ihres Fikariats In Alsens Danach zehn Jahre in Homburg Und Bruchdorf-Sanddorf Sie ist verheiratet Sie ist Pfarrerin In Ludwigshafen-Ockersheim Und sie hat allein schon Durch diese Arbeit Mit Unvollkommenheit Und Leben zu tun Herzlich Willkommen Und Frau Burgdörfer Neben mir Sitzt Herr Udo Matthies Herr Matthies Liegt mit seiner Partnerin Zusammen in Grünstadt Er selbst War 18 Jahre Im Presbyterium Der protestantischen Kirchengemeinde Er war in dieser Zeit In vielen Freizeitgruppen Aktiv Er ist seit drei Jahren Ehrenpresbyter Und war durch seine Kontakte Mit sehr vielen Menschen Immer wieder mit dem Thema Der Unvollkommenheit Und des Lebens Konfrontiert Herzlich Willkommen Herr Matthies Und mir gegenüber Sitz meine liebe Frau Sigrid Wagner Sie ist Persönlichkeits- und Ermutigungstrainerin Wir nennen das in der Individualpsychologie Encouraging Trainerin Und sie bietet zu den hier behandelnden Themen In Kleingruppen Seminare an Sie ist ebenfalls psychologische Beraterin Und ich freue mich Mit dir diese Sendung gestalten zu dürfen Sigrid Ja Der Bereich Unvollkommenheit und Leben Und ich möchte noch mal ganz kurz Die Definition von Vollkommenheit Hier vortragen Vollkommenheit ist eigentlich ein Zustand Der sich nicht mehr weiter verbessern lässt Im Sinne von vollendet Es ist ein makelloser Zustand Und er ist deshalb auch ein Ideal Und Vollkommenheit ist eigentlich immer ein Ziel Es ist unmöglich, es zu erreichen Und wir tun unser Bestes Wir gehen in die Richtung hin Und wir entwickeln uns in Richtung Vollkommenheit Letztendlich ohne sie erreichen zu können Und die Diagnose eines Menschen könnte eigentlich lauten Er ist chronisch menschlich unvollkommen Herr Matthies Unvollkommenheit und Leben Was sagen Sie denn dazu? Im Grunde haben Sie ja in der Kürze der Zeit Fast alles erwähnt Die Vollkommenheit natürlich Ein Ziel, das man anstrebt Wohlwissend, dass man es nicht erreichen kann Aber wenn ich das Ziel nicht mehr habe Würde sich der Einsatz auch nicht mehr lohnen Ja, Sie sagten aber jetzt Wohlwissend, dass man Wissen das die Leute? Sie haben ja viel mit Menschen zu tun Wissen die das, dass das nicht erreichbar ist? Das weiß ich jetzt wieder nicht Also ich weiß, dass ich ein Ziel habe Und selbst wenn ich weiß, dass ich es nicht erreichen werde Oder nicht in der gewünschten Zeit Oder nicht in der erhofften und erwarteten Vollkommenheit Würde ich es trotzdem anstreben Und immer dieses Ziel verfolgen Aber Sie würden sich nicht als vollkommen bezeichnen? Keineswegs Keineswegs Und so weiter Was Sie mir alles mal erzählt hatten Und auch in einer anderen Sendung Ja schon drüber berichtet hatten Wie ist Ihnen denn das da Bei anderen Menschen begegnet? Haben Sie da Menschen erlebt Die sich vollkommen gefühlt hatten? Ja, glaube ich schon Dass mir Menschen begegnet sind Die glaubten, sie wären vollkommen Oder wären perfekt Und das hört man aber Das fühlt man im Kontakt Und ich gehe dann innerlich Immer lieber noch einen Schritt zurück Und denke, naja, ich weiß nicht Ich würde mit diesen Menschen Nicht so auf einer Welle funken können Wenn einer für sich beansprucht Perfekt und vollkommen zu sein Also ich kann mir das nicht vorstellen Aber es gibt bestimmt welche Und mir sind auch schon welche begegnet Die sich so gegeben haben Als wären sie über allen Dingen erhaben Richtig, in Richtung Götter Ja, von mir aus Frau Burgdorfer, kennen Sie das Aus Ihrer Arbeit oder aus Ihrem Umfeld? Ja, während ich jetzt dem Herrn Mattis So zugehört habe Sind mir natürlich verschiedene Situationen Mit Menschen so durch den Kopf gegangen Und zum einen natürlich Nobody is perfect Das ist schon auch ein Satz Den ich voll unterschreiben würde Ich selbstverständlich auch nicht Aber es kommt für mich immer sehr darauf an Wie jemand auch mit seinen Fehlern umgeht Ob ich das Gefühl habe Es ist völlig egal Er bemüht sich auch überhaupt nicht Die irgendwie in Zukunft zu vermeiden Oder ist eben so dieses Streben danach Doch Fehler, auf die man dann mal hingewiesen worden ist Auf die ich hinweisen musste Das nächste Mal vielleicht doch zu vermeiden Oder hat man sich einfach so eingerichtet In dieser Unvollkommenheit Damit muss ich dann halt so leben Also da ist für mich schon Und auch ein Unterschied Auch wenn jemand Fehler zugeben kann Und sagt, ja, habe ich einen Fehler gemacht Ich versuche es besser zu machen Es gibt ja genug Fehler Man muss eigentlich einen Fehler selten zweimal machen Es gibt immer wieder was anderes Wo ich auch selber merke Okay, ja Hast du jetzt auch wieder nicht So ganz richtig hingekriegt Natürlich sind wir nicht vollkommen Aber so dieses Arbeiten daran Fehler zu vermeiden Ist für mich schon auch was Also ist mir schon ein Anliegen Auch gerade im beruflichen Bereich Also dass wir da nicht permanent offene Flanken anbieten Wo die Arbeit boykottiert wird oder so Also das ist von der Außenwahrnehmung her Denke ich schon auch schwierig Wenn immer wieder dieselben Fehler gemacht werden Ja, es ist ja Sie erwähnten das Wort Boykott Boykottieren ist ja bewusst etwas falsch machen Und ich habe ja auch gesagt Kein Kind geht in die Schule, um Fehler zu machen Die passieren einfach Ja, und in dem Moment Wo also etwas bewusst dann falsch gemacht wird Auch in einer Firma Oder im Zusammenleben mit Menschen Im Verein oder was weiß ich In einer Gemeinschaft Wo etwas bewusst dann falsch gemacht wird Da geht es in Boykott über Sigi, Boykott Kennst du das? Oder wie begegnet dir das denn? Also Boykott ist mir eigentlich noch nicht begegnet Boykott nicht? Nein Ja Aber die Unvollkommenheit wohl? Die Unvollkommenheit wohl Und ich denke Was Sie gerade gesagt haben Wenn man einen Fehler zugibt Dann ist man schon auf dem richtigen Weg In Richtung Vollkommenheit Ja Wenn jemand in der Lage ist Fehler zuzugeben Ich habe viele Menschen getroffen Die An nichts schuld Das sind immer die anderen schuld Ja genau Das sind die anderen schuld Die diese Erkenntnis haben Dass sie auch einen Anteil An all den Dingen haben Ja Und in meinem Training Gibt es diesen Satz Jeder gibt immer sein Bestes Das was er in dem Moment gerade kann Also auch wenn jemand Boykottiert oder sich schlecht verhält Mehr kann er in dem Moment nicht Weil er von seiner Entwicklung Noch nicht so weit ist Jetzt gibt es ja auch den Punkt Dass Wir immer wieder auf unsere Mängel hingewiesen werden Wir sind in einer Gesellschaft Wie ich schon gesagt habe Es wird fehlerbezogen und so weiter Es wird auf die Mängel hingewiesen Und warum passiert das Herr Matthies Warum wird auf die Mängel hingewiesen Vielleicht will sich der Vielleicht Will sich das Gegenüber Der mich auf meine Fehler hin Weist Sich damit in ein besseres Licht drücken In eine bessere Position bringen Wobei ich persönlich Überhaupt keine Probleme habe Fehler einzugestehen Fehler zuzugeben Und aus den Fehlern Aus der Schwäche Eine Stärke zu machen Das macht mich innerlich zufrieden Wenn ich einen Fehler erkenne Und den zugeben kann Den eingestehe Dann Diese Einsicht Die macht mich stärker Und das tut mir gut Sie werden menschlicher Als den Fehler in mich hinein zu fressen Oder den zu ignorieren Nicht einzugestehen Oder nicht zuzugeben Oder übertünchen Ich habe einen Fehler Den sehe ich ein Ich versuche es besser zu machen In der Zukunft Und das macht mich innerlich stärker Und da gibt es ja noch so Hartgesottene Genossen Die dann wieder besseres Wissen Dabei bleiben Wie so ein Kind in der Trotzphase Ja gut Okay Aber das ist nicht nur Eine kindliche Eigenschaft Ich glaube das sind wir In allen Altersgruppen Und in allen Lebenslagen Immer wieder Ja ja Der Trotz Das nicht zugeben Aber das ist keine Stärke Das ist eher eine Schwäche Wenn einer einen Fehler Nicht zugeben Ja Jetzt sagt man ja Wenn ich Fehler Erkennen kann Oder meine Unvollkommenheit Erkennen kann Frau Burgdörfer Wie weit geht denn da Die Bereitschaft Das zuzugeben Man macht sich ja Weil gerade gesagt Dadurch auch menschlich Ja das finde ich auch Also das hat für uns Auch ja theologisch Dieses Wort Gnade Also auch gnädig Mit den Unvollkommenheiten Meiner Umwelt umzugehen Und mit meinen auch Darf ich auch gnädig sein Wenn ich Fehler mache Aber es ist Ja Es kommt halt wirklich Darauf an Bin ich bereit Daraus zu lernen Oder Nehme ich einfach Für mich Das so Hin Und Ruhe mich Darauf aus Dass die Menschen Mit meinen Unvollkommenheiten Leben müssen Und ich mich nicht bemühe Es irgendwie anders auszubauen Zum anderen ist mir eingefallen Dass wir heute eigentlich Gerade auch in der Pädagogik Eigentlich nicht mehr Auf die Unvollkommenheiten Versuchen hinzuweisen Sondern eben Auf die Ressourcen Die jeder Mensch Auch hat Um eben Genaue Vorstellung Was ist denn eigentlich Vollkommenheit Für diesen Menschen Das kann ich ja Nicht machen Da würde ich auch sagen Da ist es Müsste es auch Ein Bilderverbot geben Über die Vollkommenheit Dieses Menschen Dem ich jetzt gerade Gegenüber Sitze Oder stehe Wenn ich den Eindruck An andere Menschen Ich höre ihn eigentlich Ich höre ihn eigentlich nicht Er ist so nicht gut genug Habe Dass ich mich selbst mit meinen Unvollkommenheiten akzeptieren Und das lieben lernen Wenn ich dem Bild Was ich vielleicht auch mal irgendwann von mir entwickelt habe Nicht entsprechen kann Und das auf jeden Fall ist eine Sache irgendwie immer von Geben und Nehmen Ich habe dann auch mal geschaut Was sagt denn die Bibel zu Vollkommenheit und Unvollkommenheit Und über alles zieht an das Band der Liebe Das ist das Band der Vollkommenheit Also wenn ich jemanden liebevoll anblicken kann Dann kann ich mit den Fehlern auch besser umgehen Und damit einfach leben Und arbeite mich nicht an etwas ab Was ich eigentlich nicht ändern kann Also entweder liebe ich diesen anderen Menschen Oder ich werfe ihm permanent Explizit oder auch eben nonverbal Seine Unvollkommenheit vor Und das ist sicher der Tod der Liebe Über kurz oder lang Wenn ich den Punkt mal aufgreife, Herr Mattes Ich könnte ja auch sagen Wenn ich einen anderen Menschen betrachte Ich weiß ja nicht, wo der steht Wie weit der jeder Mensch Entwickelt sich ja anders Wir entwickeln uns ja mit anderer Geschwindigkeit Ist das nicht so etwas dann Wie, dass ich den auf seinem Weg annehme Den anderen Auch wenn ich denke Naja, bei dem mangelt es ja auch noch ein bisschen hier und da Ich persönlich Hab die Erfahrung gemacht Dass ich ganz gut damit fahre Einem Menschen, der mir neu begegnet Andere mögen es anders sehen Bei 100% Der Mann ist für mich Naja, mit das Gänsefüßchen Vollkommen Aber ohne negative Vorurteile Ich habe den Menschen Mit positiven Aspekten jetzt Begegnet Ich sehe ihn Und der ist für mich im Moment fehlerfrei Das hört sich ein bisschen kompliziert an Und er sägt im Laufe der Zeit Wenn man so will Wenn ich ihn länger kennenlerne An seinem eigenen Stuhl Und die Defizite Kristallisieren sich heraus Es gibt andere, die sagen Ne, bei mir ist der Mensch null Der muss sich erstmal seine Punkte sammeln Und seine Vorteile erwirtschaften Um bei mir Wohlgefallen zu finden Um bei mir anzukommen Nein, ich sehe ihn erstmal 100% Und dann stelle ich fest Naja, hier ist es ein bisschen Aber damit kann ich leben Damit kann der leben Und so weiter Aber im ersten Moment Bin ich diesem Mensch Wohlgesonnen Und positiv gegenüber eingestellt Das ist ja ähnlich Wie in der Verliebtheit Wenn wir unseren Partner Und das ist ja auch so ein Beispiel Den annehmen Der ist ja auch nicht vollkommen Sigi, ich nehme nicht an Dass du mich als vollkommen erlebst Danke Ich erlebe auch so diese Dinge Aber das wäre doch der Bereich Wo man sagen kann Da nimmt man den an Warum kann ich das nicht Im anderen Leben machen Im Umgang mit Tue ich doch Ja Ja, sie persönlich Ja, ja Aber warum gibt es Aber warum gibt es so viele Schwierigkeiten Mit der Liebe oder so Genau so Im ersten Moment Alles prima Und die Zeit wird das zeigen Wie sich das nach unten Von mir aus entwickelt Um dann festzustellen Ne, also Das ist doch nichts Für mich Diese Freundschaft Es muss nicht die Beziehung sein Auf geschlechtlicher Ebene Sondern überhaupt Im Zusammenhang Es gibt Menschen Mit denen ich gelernt habe Nicht mehr klarkommen zu können Mit denen Und dann distanziere ich mich Ja, gut Man muss ja auch nicht Mit jedem Menschen klarkommen Das ist ja kein Gebot Es gibt auch Menschen Da bleibe ich dann besser weg von Ich habe ein gutes Beispiel Ich gehe regelmäßig wandern Und ich hatte vor Jahren In der Wandergruppe Eine Mitwanderin Der bin ich völlig Unvoreingenommen gegenüber Entgegengetreten Und im Laufe der Monate Hat sich herausgestellt Dass ich mit der Frau Nie und nimmer Klarkommen würde Weder privat Noch freundschaftlich Und habe mich distanziert Und die ist jetzt mittlerweile Auch gar nicht mehr In der Gruppe dabei Die hat sich selber Eliminiert Wenn man so will Die kam nicht an Also ich war nicht der Einzige Der das so empfunden hat Aber ich habe dann auch Zu meiner Lebensgefährtin gesagt Peter, also Mit der komme ich nicht klar Das tut mir leid Also ich möchte da auch privat Nichts anfangen Gut, das sind dann klare Aussagen Und dann haben wir uns Auch distanziert Sigi, jetzt hast du ja auch Gruppen Wo also auch Leute kommen Die unvollkommen sind Manche fühlen sich so Gibt es auch welche Die sich nicht so fühlen Habe ich persönlich Noch nicht erlebt Also vielleicht Im Arbeitsbereich Ja, aber in meinen Gruppen Ja Ist da ein Unterschied Zwischen den Gruppen Und im Arbeitsbereich Ja, natürlich Also Wo liegt der denn da drin Die Menschen Die in meine Gruppen kommen Die möchten An sich etwas tun Die möchten sich verändern Die möchten Vollkommener werden Und im Arbeitsbereich Da gibt es doch Ganz viele Probleme Und Schwierigkeiten Also Ja gut, ich meine Das weiß ich ja auch Mobbing und Zoff Und so weiter Ist ja üblich Und Krankenschwestern Sind da ja nicht frei von Das mal vorsichtig zu sagen Aber wie ist das jetzt In der Gruppe Wenn ich da nochmal nachhake In der Gruppe Die Leute kommen Wissen Wissen, dass vielleicht Was bei Ihnen Wie ich bin Dass jemand in jedem Bereich Ein Spezialist ist Ein Spezialist ist Jemand anders kommt Und vielleicht mit der Person In dem Bereich gut hin Wissen muss Sie haben ja eben schon ein Beispiel Wo Sie sagten Und der Deckel kann ja schließen Und wenn da ein kleines Löchlein Das ist trotzdem klar Ja, vielleicht noch schätzen lernen Es ist ja wie die Waagschale Es gibt ja andere Aspekte Die wiegen viel schwerer Und viel intensiver Als die eine oder kleine andere Nachlässigkeit Wie Zahnpastatube nicht zumachen Oder den Toilettendeckel nicht zu schließen Das sind so banale Dinge Der eine oder andere mag sich darüber aufregen Aber im Gesamt Im Komplex Ist das unterschwellig Die treiben aber manchmal Die Leute ganz schön auf die Palme Natürlich Die Zahnpastatube Die regen sich gnadenlos aus Weil immer die Zahnpastatube Offen liegen bleibt Stellvertreter kriegt Schauplatz Aber ich denke Hier drin Prochen ganz andere Elemente Und die sind viel wichtiger Und dann verschwindet Die offene Zahnpastatube Oder der nicht geschlossene Klodeckel In ein Nichts Ja gut, das sind ja auch dann Wie ich schon gerade sagte Stellvertreterdinge Und Sigi Der Kampf gegen sich selbst Gegen die eigene Unvollkommenheit Kennst du den? Ja, natürlich Ich denke, jeder kennt den Jeder kennt den Du nicht? Ich bin jetzt nicht so vermessen zu sagen Nein Aber der Kampf gegen sich selbst Auf der Arbeit Gibt es das da auch? Oder im Privatleben In deinen Kursen und so weiter Wie läuft das da ab? Ja, natürlich Also wenn ich jetzt schon wieder Einen Fehler gemacht habe Den ich schon so oft gemacht habe Und dann wieder Da stehe und mich schlecht fühle Ja und denke Schon wieder bist du da In diese Falle getappt Oder so Dann ist es wichtig Sich zu sagen Ich Das ist halt jetzt passiert Ich liebe mich so wie ich bin Und ich Entwickele mich Und das nächste Mal wird es anders Und genau so gehe ich mit den anderen um Ja Und die Alternative ist Sich weiter darauf aufzurücken Wie kann ich nur Und so weiter Ja, ja Man kann sich weiter aufregen Sich das Leben schwer machen Ja Das ist ja auch so Wenn ich Kampf gegen mich selbst führe Das kostet Kraft und Energie Und bringt mir eigentlich auch nichts Sich munzeln Ja, ich überlege gerade Wie fehlertolerant ist unsere Arbeitswelt jetzt gerade auch Das macht mir persönlich dann auch manchmal wirklich Sorge Gerade auch in diesem ganzen digitalisierten Bereich Also wenn man da so sieht Welche Konsequenzen es haben kann Wenn ich hier ein Häkchen setze Oder da ein Häkchen nicht setze Also da denke ich mal Ist da noch genug Fehlertoleranz drin Um auch eben mal Im Moment unkonzentriert zu sein Oder eben auch im Krankenhaus bei OPs Oder was auch immer Also da wird es ja dann schon schwierig Wenn der Arzt dann hinterher sagt Ja, okay, ich habe halt einen Fehler gemacht Aber der Patient ist tot Also da gibt es schon auch Bereiche Wo das ja mit der Unvollkommenheit Also wo wir natürlich damit rechnen müssen Auch das sind Menschen Aber wir erwarten manchmal eben doch Vollkommenheit In den Kompetenzen, die wir jetzt gerade da abrufen wollen Gut, es ist ja dann noch die Frage Wo ist das gerechtfertigt? Sie erwenden das Beispiel Chirurg Und bei dem Chirurg Der ist ja nicht alleine Da ist ja ein Umfeld da Und ich darf da eigentlich erwarten Dass das funktioniert Ein Restrisiko gibt es immer Siehe Atomkraft Wird alles getan Und trotzdem ist ein Restrisiko da So, und dass da natürlich die Situation anders zu bewerten ist Als im täglichen Leben Ich meine, wir sind ja nicht immer Operationen ausgesetzt Aber im täglichen Leben Da kann ich doch einfach lockerer Auch mit meiner eigenen Unvollkommenheit umgehen Herr Matthes Ich schon Sie schon Das heißt, Sie erleben aber auch andere Die Gesellschaft Und da spielt jetzt in der Wirtschaft natürlich Die Ellbogentaktik eine große Rolle Es gibt genug draußen, die nur darauf warten Dass du einen Fehler machst Um den dann für sich auszuschlachten Entweder mich darauf hinzustumpen Und zu sagen Tu mal, was du gemacht hast Ich bin viel besser Das ist diese Ellbogenmentalität Die macht sich immer mehr breit Warum tun die Menschen das? Vielleicht um eigene Schwächen zu übertünchen Indem ich auf die Fehler des anderen hinweise Dann stelle ich mich doch in ein besseres Licht Und in der Wirtschaft Der Positionskampf, das ist unumstritten Spielt eine ganz große Rolle Der Ford hat auch mal gesagt Ich verbringe 80% am Schreibtisch Mit der Regulierung von Mit dem Sägen 80% muss ich am Tag die abwehren Die an meinem Stuhl sägen Dieser Konkurrenzkampf Oder dieses, was gerade Herr Matti sagte Wie ist denn das in deinem Arbeitsleben gewesen? Krankenschwesternleben Also das war schon heftig Dieses, ich bin besser als du Streben Ich war ja Krankenschwester Im Pflegedienst Und ich denke Jeder tut beim Patienten sein Bestes Was er kann Und dann gibt es halt immer Leute Die dann sagen Also die Frau hat gesagt Ich habe das und das gemacht Dass du das nicht machst Und so Also dieser Konkurrenzkampf untereinander Der so viel Kraft kostet Ich muss ehrlich sagen Ich bin richtig glücklich Dass ich seit zwei Jahren Rentnerin bin Also Dass ich damit nicht mehr Konfrontiert werde Ja Also Kraftkosten heißt ja Die steht dann nicht mehr Für die eigentliche Arbeit zur Verfügung Das geht bis zur Depression Also Ja Wenn jemand dann irgendwann Alles tut Und sein Bestes tut Und irgendwann nicht mehr kann Setzt aber dann voraus Dass er dann auch von den anderen Dass die das bewerten Es ist ja letztlich dann Ein Bewerten Ich bin besser als du Und wieder in die Vergleiche rein Und Bewertungen Als Theologin Was sagen Sie denn dazu? Ja Gnade Also mit mir selbst Und mit anderen Gnädig zu sein Und auch demütig Auf meine Möglichkeiten zu gucken Also eben Mich nicht zu erheben Sondern zu sagen Okay Ich bin ein geliebtes Kind Gottes Genauso wie der oder die andere auch Und Das Gerade auch in Traupredigten Sage ich das natürlich gerne So den anderen Mit den liebenden Augen Gottes anzuschauen Und dann eben Das liebenswerte Die Ressourcen zu sehen Und nicht Die Fehler Und die Mängel Und die Unvollkommenheiten Aber es muss natürlich auch Das zusammenkommen Also wenn ich irgendwann Keine Ressourcen Und nichts liebenswertes Mehr entdecken kann Dann ist Was gründlich schief gegangen Aber dann habe ich wahrscheinlich Auch ein Problem mit mir selbst Ja Das Weil Ich meine Das ist ja auch eine Binsenweisheit Inzwischen Was ich Beim anderen völlig unerträglich finde Ist ja oft Was 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 ich bei mir selbst Unterdrücke und ablehne Und da Ja Muss ich dann Erstmal eigentlich An mir arbeiten Damit ich dann Auch bei dem anderen Vielleicht Liebevoll Auch etwas Anschieben kann Anstoßen kann Oder Man muss dann eben auch Vielleicht tatsächlich Andere Wege gehen Das Wort Demut Finde ich eigentlich gut da drin Ja Sie waren ja 18 Jahre Pressbitter Und da haben Sie auch Einiges erlebt In dieser Richtung Ja Allgemein Aber Speziell Ich wollte das vorhin schon Auffassen Das war ein tolles Wort Demut Ist doch wirklich Auch eine gewisse Erkenntnis Der eigenen Unvollkommenheit Wenn ich Vor einem Berg stehe Den ich erklommen habe Vorher Denkst du nie Und dann stehe ich Oben auf dem Gipfel Atme durch Genieße die Höhenluft Und gehe ein bisschen in mich Und sage Mensch toll Du hast jetzt was geleistet Und ich persönlich Werde öfters Demütig dann Und sage Mensch Hervorragend Ob das Gerade draußen In der freien Natur ist Da merke ich Wie klein wir sind Wir Menschen Wie nichtig wir eigentlich Doch sind Und trotzdem Sind wir Geschöpfe Mit einem gewissen Anspruch ans Leben Aber wohlwissend Dass wir nicht 100% vollkommen sind Denn wir haben die Natur Nicht geschaffen Wir leben in ihr Finde ich sehr gut Wir kommen so langsam Zum Ende der Sendezeit Und ich will nochmal Dieses Wort Demut Aufgreifen Und Herr Matthies Demut Sie sagten das ja gerade Ist das eine Gnade Oder ist es Eigentlich Eine Hilfe Wie würden Sie es beschreiben Wohl dem Der demütig ist Und damit umzugehen weiß Der dieses Wort Demut Auch leben kann Der ist gut beraten Frau Burgdorfer Wie sehen Sie das denn Ja also ich denke Als Frau ist es schon auch Ein zwiespältiger Begriff Weil Natürlich auch in der Geschichte Frauen oft gedemütigt worden sind Und klein gehalten worden sind Und selber ein sehr Von sich selbst Schlechtes Selbstbild Hatten und eingeimpft bekamen Also da ist Manchmal auch die Situation Frauen erstmal zu ermutigen Auch stolz zu zeigen Also das war in meiner Familie Also stolz zu sein Das ging gar nicht Also das ist ja so ein bisschen Der Gegenpart dazu Auch mal auf sich stolz sein zu können Und da gibt es auch Frauen Die man dazu ermutigen muss Und bei anderen ist es mehr dann Jetzt bleib mal auf dem Teppich Üb mal ein bisschen die Demut Ich denke das ist auch Sehr situationsabhängig Und abhängig von dem Menschen Den ich mir gegenüber habe Ja Sigi du hast das Schlusswort Demut Ist es eine Erleichterung Demut ist ein Demut ist für mich ein sehr Berührender Begriff Der oft falsch verstanden wird Also gerade von Menschen Die jetzt Atheisten sind Wird der Begriff Demut Oft falsch verstanden Also das ist für mich So ein großes Wort Ich bemühe mich demütig zu sein Also es ist auch ein Weg dann Hilft er? Ja Okay Auf jeden Fall Gutes Schlusswort Ich möchte mich bedanken bei Ihnen Dass Sie hier Ihre Sich selbst Und Ihre Eindrücke Und Ihre Erfahrungen Aus Ihrem Leben eingebracht haben Und hier so wundervolle Beiträge Geleistet haben Für unsere Sendung Und bei den Zuschauern Bedanke ich mich Dass Sie Gast bei uns waren Und verabschiede mich Bis zum nächsten Mal Vielen Dank Wir sehen uns beim nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020